Ich weiß, was du denkst, wonach das hier aussieht, doch so ist es nicht. Johnny hat mich nicht reingeschickt, um dich glücklich zu machen. Ich wollte es unbedingt selbst. Ich weiß, was du gemacht hast und was du drauf hast. Ich bin nicht irgend so ein Püppchen mit kurzem Rock. Ich war in Stanford. Das ist eine gute Schule. Ich wollte... Ich will dich einfach kennenlernen. Mich? Wie war dein Name nochmal? Laura. Laura. Ich mag dich einfach und deine Filme. Und ich weiß, wenn ich diese Chance jetzt nicht ergreife, auch wenn das vielleicht ein bisschen aufdringlich wirkt, ich werde diese Chance nie wieder haben. Das ist sehr schmeichelhaft. Ich meine, ich denke, wenn ich eine Reinigung hätte, würdest du es auch versuchen, oder? Du... Du bist sehr witzig. Und ich wollte dir sagen, es gibt nichts, was ich nicht tun würde, für die Gelegenheit, dich einmal allein zu treffen. Ohne jeden Hintergedanken. Es sei denn, du möchtest es jetzt schon tun. Jetzt? Naja, wieso rufst du mich nicht einfach an? Lass sie nicht nass werden. Lass sie nicht cleanen.